Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 2. Qualifying von 2 der DTM Saison 2023 aus vom Sachsenring. Los geht's heute um 9.05 Uhr live auf RAN.de. Von der Pol startet Clemens Schmid. Herzlichen Glückwunsch vor David Schumacher. Von der 3 startet Dennis Olsen vor Aya Chang-Hüven. Dahinter auf 5 startet Ayun Meini vor Jack Aiken. Und von der 7 und 8 starten Yusuf Obega und Rene Rath. So, das war's vom 2. Qualifying von 2 mit den Predictions der DTM 20. 23 vom Sachsenring. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, daneben das Glöckchen, das nicht vergessen wird gewesen. Dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Good Ways. Ciao. Los geht's. 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 Los geht's.